Heute gibt es wieder eine neue Folge von Human Fall Flat, Freunde. Und ihr seht schon, Odoman und Burak machen gerade ein bisschen spanischen Tanz. Ey, Bruder, ich muss das zensieren. Falls ihr nicht wisst, worum es mir geht, Freunde, ich habe selber keine Ahnung. Aber es wird lustig. Digga, lass die Mülltonnen nehmen. Okay, komm. Komm rein. Komm rein, Jimmy. Ey, warte auf mich. Komm, Burak. Mein Rückrad ist gebrochen. Wir haben nicht mehr viel Platz, Digga. Du musst schieben und reinspringen, Digga. Oha, als ob das das schafft. Komm, Burak, komm, komm, komm. Ich mache dir Platz. Sprich rein, sprich rein. Komm, Burak, nein, Junge, du bist nicht drin. Ich rutsche noch, Bruder, ich rutsche noch. Der Drive war scheiße. Würdest du Date mit mir und Mülltonnen haben, Digga? Das ist nicht dasselbe. Re-restart. Re-restart? Re-re-re-re-re-re. Lass mal hier reingehen, weil hier ist, glaube ich, gut. Odoman, du gehst da hinten. Schieb und komm. Odoman, nicht in die Richtung. Bruder, bist du blöd? Hilfe. Warte, 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 warte. Komm, komm, du schuldig hoch. Au. Oha. Oha, Digga, 10.000 IQ. Okay, komm. Wie kommst du mit rein? Er hat Snowboard an den Füßen, Bruder, du bist so blöd. Let's go. Hä? Wohin gehen wir überhaupt? Ist das richtig? Ich habe Snowboard, Jungs. Oh mein Gott, Digga, ich sehe nichts. Ich glaube, das wird nicht so. Oh, du, man. Äh. Yo, was machen wir mit? Oh, yo. What the fuck, wie fühlst du da her? Yo, what the fuck? Lass die Luftmatratze. Lass die Luftmatratze. Oh, komm. Legt euch hin, Jungs. Oh, Bruder, macht sogar Sprung. Oh, scheiße. Okay, let's go. Scheiße. Okay, wir schaffen es, wir schaffen es. Das ist krass. Red nach links. Oh, wir sind drauf. Oh, jetzt haben wir es, Jungs. Das ist der Run. Das ist der Run. Weiter nach links, weiter nach links, weiter nach links. Nach links, nach links. Okay, stark. Okay, nice. Wir müssen nach rechts, Jungs. Auf diese Orangenen. Rechts, 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 rechts. Digga, schieben. Oh mein Gott. Das ist irgendwie nicht so krass. Warte, warte, warte. Egal, egal. Wir schaffen das. Guck mal, da ist ein Tunnel, da ist ein Tunnel, Digga. Da müssen wir rein. Jungs. Guck mal, meine Füße, Digga. Ich laufe weg. Das ist das erste Mal, dass ich unten mal laufen sehe in meinem Leben. Oh, shit. Oh, shit. Einfach Half-Pile. Oh, yo. Ich bin dran. Ich hab's überall. Oh, du, Mann, ist weg. Ich bin weg, Bruder. Ich bin weg. Wir schaffen es, Bruder. Bleib auf der Spur, bleib auf der Spur, Bruder. Bei mir ist die noch da. Halt einfach fest. Oh mein Gott, Junge. Was machen wir gerade für Moves? Oh mein Gott. Was machen wir gerade für Moves? Nach rechts. Nach rechts. Ich seh nicht mal. Ich seh nichts. Ich seh nicht mal hoch. Oh mein Gott. Was passiert gerade? Egal, wo wir da gesleiten auf den Boden. Schauen Sie, Jungs. Schauen Sie. Oh, shit, Digga. Wir fliegen gerade richtig gut. Nein, 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 nein. Warum sage ich das? Warum sage ich das auch, Digga? We don't do a flame. Nein, komm her. Jimmy. 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 Du, Fettzack. Oh, Jimmy. Was geht, Jimmy? Oh, ey. Okay, Odo war jetzt endlich da, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier in der Mario World Number Two. Guck mal, mein Fuß. Guck mal, mein Fuß. Digga, da. Piss dich. Odo, gib bitte den Fuß. Äh, nimm bitte. Odo, man, komm mit. Äh, komm mit. Lass den in Ruhe, Junge. Lass den in Ruhe. Lass den in Ruhe. Oh, scheiße. Wir werden nie anfangen, Bruder. Okay, Freunde. Wir starten mit Super Mario Level, keine Ahnung, was auch immer. Das ist die Super Mario. Wenn ich meiner Meinung gesagt habe, kauf mir bitte Mario. Aber dann kann man diese türkische Version kaufen. Das ist so, dann diese von Aldi irgendwas, so diese. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Oh, komm, Bruder. Tschüss, was ist ein Sprung? Komm, ich hab dich. Boah. Boah, Digga. Oh, man muss sogar warten, wenn diese Pflanze weggeht. Yo. Next Level steht. Ah. Ich bin einfach aus Brunnen gelaufen. Äh, tschüss. Bruder, du hast nicht was runtergefallen. Ich hab einmal ein Level geskript, weil ich gestorben bin. Ehre. Okay, wir machen jetzt hier weiter. Junge. Bruder, chill mal. Ich bin fast runtergefallen wegen dir. Okay, jetzt Bruder, Mann, Freund, ist unterwegs. Wir machen jetzt den nächsten Jump. Oh. Oh. Gerade noch geschafft, Digga. Oh, nein. Ey, hör doch auf, Alter. Warum sag ich so was immer? Ich hab keinen Bock mehr auf Mario. Mario ist scheiße. Lass Mario in Ruhe. Ey, lass mich hier. Geh mal weg, Armin. Ey, Jungs, hier ist nicht Platz hier für den Fettsäcke. Doch, wir schaffen das. Guck mal. Bruder, du musst so Trick 17 machen, weil wir gehen hier. Geh bitte in die Pflanze. Ja, geh genau in die Pflanze. Guck, 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 guck. Guck. Dich, Achmed, das Ding ist nicht Spudermann. Guck, Bruder. Oh, Spudermann. Ich höre. Spudermann. Spudermann. Ich geh gar nicht diesen Weg da oben, Bruder. Ich geh einfach außen rum. Slap. Slap. Spudermann. Spudermann. Darf, Spudermann. Mach's mal einfach nach. Dann müssen wir das ganze Level nicht machen. Ich seh dich an der Seite. Guck mal hinter dir. Ich hänge hier, Bruder. Wo bist du? Hier, komm hinter dir. Ich kann nur kurz schwingen. Ich seh dich, Bruder. Ah, da. Da. Schwing. Ich bin auch hier hinten stuck, Bruder. Ich glaube, ich bin tot. Ja, lass andere Map gehen. Ey, das ist Dings, Digga. Bruder, ist dein Arschloch. Juts. Todes Loch, Digga. Oh, lol. Einfach Lootpot-Mörder. Ey, Achmed. Komm mal raus, Digga. Ja, ich bin draußen. Hinter dir. Defle. 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 Warte, warte, warte. Ah, jetzt. Defel, Bruder. Defel. L. Nein. Einfach Defnote. Da muss man so schwingen und dann festhalten, schwingen, festhalten. Ja, wahrscheinlich, Bruder. Und du mal... Nein, lass mein Gesicht in Ruhe. Ja, du gehst jetzt in das Arschloch rein. Nein, ich bin nicht in Defle. Ich bin nicht in Defle. Du gehst jetzt in den Arschloch rein, Bruder. Äh, in... Was? Achmed, Bruder will mich anfassen. Achmed. Jungs. Jungs. Ey, ey, ey. Ey, ey. Was macht ihr hier, Land? Kannst du bitte meinen Schwanz in Ruhe lassen? Warte, Mann, willst du auch mal? Nein, Jungs, ich bin... Ich bin... Warte, Mann. Nein. Nein, nein, nein. Verpisst euch mal, Digger. Wir machen Escape de Küche. Escape de Küche. Arabische Haushaltsversion, Digger. Okay, Freunde, wir sind jetzt Frauen und müssen versuchen, aus unserem Ehemann zu escapen, weil er will uns in der Küche festhalten. Ui, ist einfach Käse. Aus unserem Ehemann. Ja, aus unserem Ehemann. Halt deine Fresse, Runde, Mann. Du hast keinem deutschen Pass. Okay, Alter, auf dein Maul, okay? Ihhh, Bruder, guck mal, ist einfach ein Top. Ihhh, Digger, mit so Haramfleisch drin, Digger. Einfach Haramfleisch. Bruder, das ist immer noch kein Gamebeast zu Otto, Digger. Geh weg jetzt. Ihr müsst euch nicht schlagen. Okay, mach auf. Ah, das ist doch Escape Room. Wir müssen jetzt ein Escape bestimmt finden. Weißt du was, Bruder? Wir machen wieder Spudermann-Action. Spudermann. 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 Die Sache ist, ah, wir müssen es da hinschieben. Ihr Intelligenzbestien, Mann. Digger, ich bin der Intelligenzbestien. Bruder, du auf keinen Fall. Okay, hier drauf, dann hier drauf. Komm, spring. Bruder, Jungs. Ich hab dir gesagt, nicht so viel gekriegt. Bruder, lass deinen Pillermann bei den kleinen Kindern. Das hat keiner gehört. Spudermann. 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 Nein. Oh, shit. Mach deinen scheiß Spinnennetz. Ich bin durch. Wie, was? Jungs. Ich bin durch. Er hat Trick 17. Er hat Trick 17 gemacht durch die Dosen durch. Jungs, hier auf Chips drauf. Okay, Bruder hat auf Normal gemacht. Langweiler. Ich glaube, wir brauchen das Käse, Digga. Bruder, wie willst du den Käse jetzt hier rüberbringen, du Idiot? Lass mich los. Jungs, 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 Jungs. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Hier geht's Spudermann Action. Safe Call. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck. Oh, du Mann, das ist gefährlich. Oh, shit. Jungs, schaff's jetzt. Oh, du Mann, das ist gefährlich. Ich hab's. Er hat's echt. Oh, komm. Nein, ich wollte die Response. Oh, nein. Langweiliges Spiel, Digga. Oh, du Mann, das Leben hat noch einen Sinn. Lass mich los. Okay. Ich bin zu fett. Okay. Mann, warum könnt ihr euch aber festhalten? Ich will euch da weg. Äh, Odomann. Oh, du Mann. Oh, du Mann. Oh, yeah. Oh. Sit on my feet. Please, sir, give me. Oh, yeah. Oh, yeah. Arabische Flugzeug. Oh, shit, Digga. Okay, Jungs, da hoch. Ja, so nicht. Spuder, Mann. Spuder. Ja, Bruder. So ist perfekt, Bruder. So ist gut. Mach daraus mit Fit-Übungen, du Bastel. Piu. Ey, Junge, ich hasse euch. Ja, jetzt geh hoch, Bruder. Komm. Geh da hoch. Geh da hoch so den Dinger. Komm. Ja. Ja. Lutsch. 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 Ey, du Bastel. Komm. Okay, Freunde, ich bin ehrlich. Ich bin kein Rätsel, Mensch. Wir machen nächstes Video. Heißt für euch, man sieht sich morgen. Abonniert mich.